Hi und herzlich willkommen zu einem weiteren Video über Radiant Photo. Mein Name ist Stefan Schäfer und heute spreche ich mit dir über Color Grading. Denn wir haben tolle Möglichkeiten, wie wir in Radiant unsere Bilder richtig schön mit einem Color Grading versehen können. Viel Spaß! Wenn wir über Color Grading sprechen, dann sprechen wir eigentlich einmal über das Color Grading selber und einmal über Color Correction. Das sind zwei unterschiedliche Sachen. In der Color Correction geht es erstmal darum, dass wir Helligkeiten, Kontraste und die Farben so anpassen, dass wir die alle so korrigiert haben, dass es zusammenpasst. Und dann legen wir das eigentliche Color Grading drüber, wo wir dann mit verschiedenen Farben spielen, um einen gewissen Look auf das Bild zu geben. Und ich werde jetzt als erstes hier mal ein Bild reinziehen. Dann nehmen wir einfach mal hier ein Hochzeitsbild, was ich vor ein paar Jahren mal geschossen habe. Und jetzt sehen wir hier, dass das Ganze natürlich auch schon wieder mit einem Smart Preset, hier mit dem Menschen Preset angewandt wurde. Das heißt, es wurde schon etwas verbessert. Man sieht, dass vor allem die Grüntöne hier etwas mehr Sättigung bekommen haben. Das Hochzeitskleid, das Brautkleid wurde etwas abgedunkelt, ohne dass es jetzt komplett grau aussieht. Und natürlich wurden auch etwas die Tiefen aufgehellt, gerade hier bei dem Bräutigam zum Beispiel im Anzug. Also das sieht schon mal ganz gut aus. Wir können aber natürlich hier die Intensität von der intelligenten Bearbeitung vielleicht noch etwas zurückdrehen, dass es nicht ganz so doll ist. Und was wir dann auch noch natürlich machen können, wir können in die Color Correction hier noch reingehen, um zum Beispiel jetzt hier die Belichtung noch etwas hochzudrehen. Wir können ein bisschen mehr Kontrast noch dazugeben. Also ich versuche jetzt das Bild hier so zu korrigieren, dass wir danach ein Color Grading einfach und gut drauflegen können. Genauso kann ich hier auch noch mal in die Farbe reingehen und zum Beispiel Farbkontrast hier noch etwas dazugeben. Sieht man hier sehr schön, wenn man es zu doll macht, dass dann natürlich sehr schnell das Ganze zu viel Kontrast bekommt. Aber so ein ganz kleines bisschen Farbkontrast mag ich hier eigentlich sehr, sehr gerne und auch etwas Brillanz. Darf man natürlich auch hier wieder nicht zu doll einstellen. Ich lasse es mal hier so bei 10 ungefähr stehen. Perfekt. Damit bin ich jetzt erstmal soweit zufrieden. Das ist jetzt ein gutes Ausgangsmaterial, was ich hier habe, wie ich finde. Und jetzt kann ich hier oben in das Color Grading reingehen. Und hier geht es jetzt darum, dass wir zum Beispiel hier unter Color Grades oder unter Vintage, das sind hier verschiedene Ordner, wo wir Vorlagen, wo wir Looks erhalten können. Wir können übrigens auch auf der Webseite von Radiant Photo noch mehr Looks erhalten. Kann man sich auch noch weitere kaufen. Aber hier gibt es zum Beispiel unter Vintage, kann man sich hier mal einen anschauen, 1965 zum Beispiel, 1960. Da gibt es also verschiedene Looks hier unter Vintage. Das ist übrigens schon mal einer, der mir eigentlich ziemlich gut gefällt. 75, 85. Hier kann man einfach mal so ein bisschen durchgehen und mal gucken. Das ist jetzt zum Beispiel was, was mir gar nicht gefällt. Aber hier kann man die verschiedenen Ordner mal aufmachen und mal gucken. Candlelight, ist jetzt nicht so meins. Unter Color Grades kann man mal gucken. Color Punch Hot. Ist jetzt auch nicht so das, was unbedingt passt. Aber man sieht es hier mal in den Vorschauen schon ganz gut. Und hier spricht mich zum Beispiel Golden Smoke ganz gut an. Das ist etwas, was mir sehr gut gefällt. Also hier, finde ich, sehen die Farben schon ganz gut aus. Und jetzt könnte man über Intensität das Ganze natürlich noch etwas abschwächen oder aber auch etwas intensivieren noch. Und in dem Fall finde ich sogar, dass wir das Ganze so auf 120% stellen können. Gleichzeitig können wir die Sättigung noch ein kleines bisschen rausdrehen. Die stelle ich mal so auf minus 15. Und wir können auch noch sagen, ob wir mehr Kontrast in dem Bild haben wollen, was natürlich völlig übertrieben wäre. Oder weniger. Und ich würde sagen, in dem Fall jetzt hier, stellen wir den Kontrast mal so auf minus 25. Damit wir hier auch noch alle Details zum Beispiel in dem Anzug von dem Ehemann drin haben. Und jetzt gucken wir uns das Ganze mal an. So sah das Bild völlig unbearbeitet aus. So sieht es jetzt bearbeitet aus. Ist natürlich komplette Geschmackssache, wie einem der Style so gefällt. Aber ich persönlich finde das hier an dieser Stelle schon ganz cool. Hat was Vintage-mäßiges. Hat was Älteres, sage ich mal. Aber die Farbtöne passen gut zusammen. Und gerade hier bei so einem Hochzeitsbild, finde ich, sieht Golden Smoke schon mal ganz gut aus. Aber du hast natürlich ganz viele Möglichkeiten, wie du hier deine Bilder bearbeiten kannst. Weil du natürlich in den ganzen Ordnern hier so viele verschiedene Möglichkeiten hast, schon mit Looks zu arbeiten. Und wie gesagt, über die Webseite kannst du dir auch noch wesentlich mehr mit dazu holen. Also schau die auf jeden Fall alle mal durch. Und dann hast du die Möglichkeit, mit Intensität, Sättigung und Kontrast das Ganze noch entsprechend anzupassen. Das war es jetzt mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir geholfen. Wenn dem so ist, kannst du gerne einen Daumen nach oben geben. Und natürlich möchte ich darauf hinweisen, dass du Radiant Photo ausprobieren kannst. Und zwar kostenlos, für zwei Wochen. Und danach kannst du dich immer noch entscheiden, ob dieses Programm etwas für dich ist oder nicht. Aber alle Links dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Mach's gut und viel Spaß mit Radiant Photo. Vielen Dank.